Stefan Zweig Sternstunden der Menschheit Schauriges Schauspiel für Tausende auf den Mauern. So lustvoll nah, wie das Volk sonst im Hippodrom die blutigen Kämpfe verfolgte, so schmerzvoll nahe kann es jetzt eine Seeschlacht mit nacktem Auge betrachten und den scheinbar unvermeidlichen Untergang der Iren, denn höchstens zwei Stunden noch und die vier Schiffe erliegen der feindlichen Meute auf der Arena des Meeres. Vergebens sind die Helfer gekommen, vergebens. Die verzweifelten Griechen auf den Wellen von Konstantinopel gerade nur einen Steinwurf weit von ihren Brüdern stehen und schreien mit geballten Fäusten in ohnmächtiger Wut ihren Rettern nicht helfen zu können. Manche suchen mit wilden Gesten die kämpfenden Freunde anzufeuern. Andere wieder, die Hände zum Himmel gehoben, rufen Christus und den Erzengel Michael und alle die Heiligen ihrer Kirchen und Klöster an, die Byzanz seit so vielen Jahrhunderten beschützt haben. Sie mögen ein Wunder wirken. Aber auf dem gegenüberliegenden Ufer von Galata wiederum warten und schreien und beten ebenso mit gleicher Inbrunst die Türken um den Sieg der Iren. Das Meer ist zur Szene geworden, eine Seeschlacht zum Gladiatoren-Spiel. Der Sultan selbst ist im Galopp herangejagt. Umringt von seinen Pashas reitet er so tief ins Wasser hinein, dass sein Oberrock nass wird und schreit durch die zum Schallrohr gehöhlten Hände mit zorniger Stimme den Seinen den Befehl zu, um jeden Preis die christlichen Schiffe zu nehmen. Immer wieder, wenn eine seiner Galären zurückgetrieben wird, beschimpft er und bedroht er mit geschwungenem Krummsäbel seinen Admiral. Wenn du nicht siegst, dann komme nicht lebend zurück. Noch halten die vier christlichen Schiffe stand, aber schon geht der Kampf zu Ende. Schon beginnen die Wurfgeschosse, mit denen sie die türkischen Galären zurücktreiben, auszugehen. Schon ermattet den Matrosen nach stundenlangem Kampfe gegen die fünfzigfache Übermacht der Arm. Der Tag ist niedergestiegen, die Sonne senkt sich am Horizont. Eine Stunde noch und wehrlos müssen die Schiffe, selbst wenn sie bis dahin nicht von den Türken geändert sind, durch die Strömung an das von den Türken besetzte Ufer hinter Galata getrieben werden. Verloren, verloren, verloren. Da geschieht etwas, was der verzweifelnden, heulenden, klagenden Menge von Byzanz wie ein Wunder erscheint. Mit einmal beginnt ein leises Brausen, mit einmal erhebt sich ein Wind. Und sofort füllen sich die schlaffen Segel der vier Schiffe rund und groß. Der Wind, der ersehnte, der erbetene Wind ist wieder erwacht. Triumphierend erhebt sich der Bug der Galleonen mit einem geschwellten Stoß, überholt und überrennt ihr plötzliche Anlauf, die sie umschwärmenden Bedränger. Sie sind frei, sie sind gerettet. Unter dem brausenden Jubel der Tausende und Abertausende auf den Wellen fährt jetzt das Erste, das Zweite, das Dritte, das Vierte in den sicheren Hafen ein. Die herabgelassene Sperrkette klirrt schützend wieder empor und hinter ihnen, auf dem Meere zerstreut, bleibt ohnmächtig die Meute der türkischen Kleinschiffe. Noch einmal schwebt Jubel der Hoffnung wie ein purpurnes Gewölk über die düstere und verzweifelte Stadt. Die Flotte wandert über den Berg Eine Nacht lang dauert die überschwängliche Freude der Belagerten. Immer erregt ja die Nacht fantasievoll die Sinne und verwirrt die Hoffnung mit dem süßen Gift der Träume. Eine Nacht lang glauben die Belagerten sich schon gesichert und gerettet. Denn wie diese vier Schiffe Soldaten und Proviant glücklich gelandet haben, so werden jetzt Woche für Woche neue kommen, träumen sie. Europa hat sie nicht vergessen und schon sehen sie in ihren voreiligen Erwartungen die Belagerung aufgehoben, den Feind entmutigt und besiegt. Doch auch Mahomet ist ein Träumer, freilich ein Träumer jener anderen und viel selteneren Art, die es versteht durch ihren Willen, Träume in Wirklichkeit umzusetzen. Und während jene Galleonen sich schon sicher wähnen im Hafen des goldenen Horns, entwirft er einen Plan von so fantastischer Verwegenheit, dass er innerhalb der Kriegsgeschichte den kühnsten Taten Hannibals und Napoleons ehrlich gleichzusetzen ist. Byzanz liegt vor ihm wie eine goldene Frucht, aber er kann sie nicht greifen. Das Haupthindernis für diesen Griff und Angriff bildet die tief eingeschnittene Seezunge, das goldene Horn, diese blinddarmförmige Bucht, welche die eine Flanke von Konstantinopel sichert. Einzudringen in diese Bucht ist praktisch unmöglich, denn am Eingange liegt die Genuesenstadt Galata, der Mahomet zur Neutralität verpflichtet ist, und von dort ist die eiserne Sperrkette quer bis zur Feindesstadt gespannt. Mit frontalem Stoß kann darum seine Flotte nicht in die Bucht. Nur vom inneren Bassin her, wo das genuesische Terrain endet, wäre die christliche Flotte zu fassen. Aber wie eine Flotte schaffen für diese Binnenbucht? Man könnte eine bauen, gewiss, aber das würde Monate und Monate dauern, und so lange will dieser Ungeduldige nicht warten. Da fasst Mahomet den genialen Plan, seine Flotte vom äußeren Meere, wo sie nutzlos ist, über die Landzunge in den Innenhafen des Goldenen Horns hinüber zu transportieren. Dieser atemberaubend kühne Gedanke, mit Hunderten von Schiffen eine bergige Landzunge zu überschreiten, erscheint von vorneweg so absurd, so unausführbar, dass die Byzantiner und die Genuesen von Galater ihn ebenso wenig in ihre strategische Rechnung stellen, wie vordem die Römer und nachher die Österreicher die rapiden Alpenübergänge Hannibals und Napoleons. Nach aller irdischen Erfahrung können Schiffe nur im Wasser fahren, nie aber eine Flotte über einen Berg. Doch eben dies ist alle Zeit das wahre Merkzeichen eines dämonischen Willens, dass er Unmögliches in Wirklichkeit verwandelt. Immer erkennt man nur daran ein militärisches Genie, dass es im Kriege der Kriegsregeln spottet und im gegebenen Augenblick die schöpferische Improvisation einsetzt, statt der erprobten Methoden. Eine ungeheure, eine in den Annalen der Geschichte kaum vergleichbare Aktion beginnt. In aller Stille lässt Mahomet zahllose Rundhölzer herbeischaffen und von Werkleuten zu Schlitten zimmern, auf welche man dann die aus dem Meer gezogenen Schiffe festlegt, wie auf ein bewegliches Trockendock. Gleichzeitig sind schon tausende Erdarbeiter am Werke, um den schmalen Saumpfad, der den Hügel von Perra hinauf und wieder hinunter führt, möglichst für den Transport zu ebnen. Um aber die plötzliche Ansammlung von so vielen Werkleuten vor dem Feind zu verschleiern, lässt der Sultan an jedem Tag und in jeder Nacht über die neutrale Stadt Galata hinweg eine fürchterliche Kanonade aus Mörsern eröffnen, die an sich sinnlos ist und nur den einen Sinn hat, die Aufmerksamkeit abzulenken und die Berg- und Talreise der Schiffe von einem Gewässer ins andere zu verdecken. Während die Feinde beschäftigt sind und nur vom Lande her einen Angriff vermuten, setzen sich die zahllosen runden Holzrollen, reichlich mit Öl und Fett getränkt, in Bewegung. Und auf dieser riesigen Walze wird nun jedes in seiner Schlittenkufe von unzähligen Büffelpaaren und unter der nachschiebenden Hilfe der Matrosen ein Schiff nach dem anderen über den Berg hinübergezogen. Kaum, dass die Nacht jeden Einblick verhüllt, beginnt diese mirakulöse Wanderung. Schweigsam wie alles Große, vorbedacht wie alles Kluge, vollzieht sich das Wunder der Wunder. Eine ganze Flotte wandert über den Berg. Das Entscheidende bei allen großen militärischen Aktionen ist immer das Überraschungsmoment. Und hier bewährt sich großartig Mahomets besonderes Genie. Niemand ahnt etwas von seinem Vorhaben. Wüsste ein Haar in meinem Bart von meinen Gedanken, ich würde es ausreißen, hat einmal dieser genial Hinterhältige von sich gesagt. Und in vollkommenster Ordnung, während prahlerisch die Kanonen an die Mauern donnen, vollzieht sich sein Befehl. Siebzig Schiffe werden in dieser einen Nacht des 22. April von einem Meere zum anderen über Berg und Tal durch Weinberge und Felder und Wälder transportiert. Am nächsten Morgen glauben die Bürger von Byzanz zu träumen. Eine feindliche Flotte, wie von Geisterhand hergetragen, segelt, bewimpelt und bemannt im Herzen ihrer unnahbar vermeinten Bucht. Noch reiben sie die Augen und verstehen nicht, woher dieses Wunder kam, aber Fanfaren und Zimbeln und Trommeln jubeln schon unter ihrer bisher vom Hafen beschirmten Seitenmauer. Das ganze goldene Horn, mit Ausnahme jenes engen, neutralen Raumes von Galata, wo die christliche Flotte eingekapselt ist, gehört durch diesen genialen Coup dem Sultan und seiner Armee. Ungehindert kann er jetzt auf seiner Pontonbrücke seine Truppen gegen die schwächere Mauer heranführen. Damit ist die schwache Flanke bedroht und die ohnehin schon spärliche Reihe der Verteidiger auf weiteren Raum verdünnt. Enger und enger hat sich die eiserne Faust um die Kehle des Opfers geschlossen. Europa-Hilf Die Belagerten täuschen sich nicht mehr. Sie wissen, nun auch in der aufgerissenen Flanke gepackt, werden sie nicht lange Widerstand leisten hinter ihren zerschossenen Mauern. Achttausend gegen hundertfünfzigtausend, wenn nicht baldigst Hilfe kommt. Aber hat nicht feierlichst die Signoria von Venedig zugesagt, Schiffe zu entsenden? Kann der Papst gleichgültig bleiben, wenn Hagia Sophia, die herrlichste Kirche des Abendlandes, in Gefahr schwebt, eine Moschee des Unglaubens zu werden? Versteht Europa, das in Zwist Befangene durch hundertfache niedere Eifersucht zerteilte, noch immer nicht die Gefahr für die Kultur des Abendlandes? Vielleicht, so trösten sich die Belagerten, ist die Entsatzflotte längst bereit und zögert nur aus Unkenntnis, die Segel zu setzen, und es genügte, brächte man ihnen die ungeheure Verantwortung dieses todbringenden Säumens zum Bewusstsein. Aber wie die venezianische Flotte verständigen, das Marmara-Meer ist übersät von türkischen Schiffen, mit der ganzen Flotte auszubrechen, hieße sie dem Verderben preisgeben und außerdem die Verteidigung, bei welcher doch jeder einzelne Mann zählt, um ein paar hundert Soldaten schwächen. So beschließt man nur ein ganz kleines Schiff mit winziger Bemannung aufs Spiel zu setzen. Zwölf Männer im Ganzen gäbe es Gerechtigkeit in der Geschichte, ihr Name müsste so berühmt sein wie jener der Argonauten, und doch kennen wir keines einzelnen Namen, wagen die Heldentat. Auf der kleinen Brigantine wird die feindliche Flagge gehisst, Zwölf Männer kleiden sich auf türkische Art mit Turban oder Tabusch, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Am 3. Mai wird um Mitternacht die Sperrkette des Hafens geräuschlos gelockert und mit gedämpftem Ruderschlag geleitet das kühne Boot hinaus, geschützt von der Dunkelheit. Und siehe, das Wunderbare geschieht und unerkannt durchfährt das winzige Schiff die Dardanellen bis ins Ägäische Meer. Immer ist es gerade das Übermaß der Kühnheit, das den Gegner lähmt. An alles hat Mahomet gedacht, nur nicht an dies Unvorstellbare, dass ein einzelnes Schiff mit zwölf Helden eine solche Argonautenfahrt durch seine Flotte wagen würde. Aber tragische Enttäuschung, kein venezianisches Segel leuchtet am Ägäischen Meer. Keine Flotte ist bereit zum Einsatz. Venedig und der Papst, alle haben sie Byzans vergessen. Alle vernachlässigen sie, mit kleiner Kirchturmpolitik beschäftigt, Ehre und Eid. Immer wiederholen sich in der Geschichte diese tragischen Augenblicke, dass, wo höchste Zusammenfassung aller geeinten Kräfte zum Schutze der europäischen Kultur notwendig wäre, auch nicht für eine Spanne die Fürsten und die Staaten ihre kleinen Rivalitäten niederzuhalten vermögen. Genua ist es wichtiger, Venedig zurückzustellen und Venedig und Venedig wiederum Genua, als für einige Stunden vereint, den gemeinsamen Feind zu bekriegen. Leer ist das Meer. Verzweifelt rudern die Tapfern auf ihrer Nussschale von Insel zu Insel, Aber überall sind die Häfen schon vom Feinde besetzt und kein befreundetes Schiff wagt sich mehr in das kriegerische Gebiet. Was nun tun? Einige der Zwölf sind mit Recht mutlos geworden. Wozu nach Konstantinopel zurück? Noch einmal den gefährlichen Weg. Hoffnung können sie keine bringen. Vielleicht ist die Stadt schon gefallen. Jedenfalls erwartet sie, wenn sie zurückkehren, Gefangenschaft oder Tod. Aber herrlich immer die Helden, die niemand kennt. Die Mehrzahl entscheidet dennoch für die Rückkehr. Ein Auftrag ist ihnen gegeben und sie haben ihn zu erfüllen. Man hat sie um Botschaft gesandt und sie müssen die Botschaft heimbringen, mag sie auch die bedrückendste sein. So wagt dieses winzige Schiff allein wieder den Weg zurück durch die Dardanellen, das Marmarameer und die feindliche Flotte. Am 23. Mai, 20 Tage nach der Ausfahrt, schon hat man längst in Konstantinopel das Fahrzeug verloren gegeben, schon denkt niemand mehr an Botschaft und Rückkehr, da schwenken plötzlich von den Wellen ein paar Wächter die Fahnen, denn mit scharfen Ruderschlägen steuert ein kleines Schiff auf das goldene Horn zu. Und als jetzt die Türken, durch den donnernden Jubel der Belagerten belehrt, erstaunend merken, dass diese Brigantine, die frecherweise mit türkischer Flagge durch ihre Gewässer gefahren, ein feindliches Schiff ist, stoßen sie mit ihren Booten von allen Seiten heran, um sie noch knapp vor dem schützenden Hafen abzufangen. Einen Augenblick schwingt Byzanz mit tausend Jubelschreien in der glücklichen Hoffnung, Europa habe sich seiner erinnert und jene Schiffe nur als Botschaft vorangesandt. Erst abends verbreitet sich die schlimme Wahrheit. Die Christenheit hat Byzanz vergessen. Die Eingeschlossenen sind allein. Sie sind verloren, wenn sie sich nicht selber retten. Die Nacht vor dem Sturm Nach sechs Wochen beinahe täglicher Kämpfe ist der Sultan ungeduldig geworden. Seine Kanonen haben an vielen Stellen die Mauer zertrümmert, aber alle Sturmangriffe, die er anbefohlen, sind bisher blutig abgewiesen worden. Für einen Feldherrn bleiben nur mehr zwei Möglichkeiten. Entweder die Belagerung aufzugeben oder nach den zahllosen einzelnen Attacken den großen, den entscheidenden Ansturm anzusetzen. Mahomet beruft seine Paschas zum Kriegsrat und sein leidenschaftlicher Wille siegt über alle Bedenken. Der große, der entscheidende Sturm wird für den 29. Mai beschlossen. Mit gewohnter Entschlossenheit trifft der Sultan seine Vorbereitungen. Ein Festtag wird angeordnet. 150.000 Mann vom ersten bis zum letzten müssen alle festlichen Gebräuche erfüllen, die der Islam vorschreibt. Die sieben Waschungen und dreimal am Tag das große Gebet. Was an Pulver und Geschossen noch vorhanden ist, wird zu forciertem Artillerieangriff herangeholt, um die Stadt sturmreif zu machen. Die einzelnen Truppen werden für den Angriff verteilt. Von früh bis nachts gönnt sich Mahomet keine Stunde Rast. Vom goldenen Horn bis zum Marmarameer, das ganze riesige Lager entlang, reitet er von einem Zelte zum anderen, überall die Führer persönlich ermutigend, die Soldaten anfeuernd. Aber als guter Psychologe weiß er, wie am besten die Kampflust der 150.000 bis zum Äußersten zu entfachen ist. Und so gibt er ein furchtbares Versprechen, das er zu seiner Ehre und Unehre auf das Vollkommenste erfüllt hat. Dieses Versprechen rufen bei Trommeln und Fanfaren seine Herolde in alle Winde. Mahomet schwört beim Namen Allahs, beim Namen Mohammeds und der 4000 Propheten. Er schwört bei der Seele seines Vaters, des Sultans Murad, bei den Häuptern seiner Kinder und bei seinem Säbel, das seinen Truppen nach der Erstürmung der Stadt unbeschränktes Recht auf drei Tage Plünderung gegeben wird. Alles, was in diesen Mauern ist, Hausrat und Habe, Schmuck und Juwelen, Münzen und Schätze, die Männer, die Frauen, die Kinder sollen den siegreichen Soldaten gehören. Und er selbst verzichtet auf jeglichen Teil, außer auf die Ehre, dieses letzte Bollwerk des Oströmischen Reiches erobert zu haben. Mit rasendem Jubel nehmen die Soldaten diese wilde Verkündigung auf. Wie ein Sturm schwillt das laute Getöse des Jubels und der rasende Allah-Ill-Allah-Schrei der Tausende hinüber zur verängstigten Stadt. Jagma, Jagma, Plünderung, Plünderung. Das Wort wird zum Feldruf, es knattert mit den Trommeln, es braust mit Zimbeln und Fanfaren und nachts verwandelt sich das Lager in ein festliches Lichtmeer. Erschauernd sehen die Belagerten von ihren Wellen wie Myriaden von Lichtern und Fackeln in der Ebene und auf den Hügeln entbrennen und Feinde mit Trompeten, Pfeifen, Trommeln und Tambourinen den Sieg noch vor dem Siege feiern. Es ist wie die grausam-geräuschvolle Zeremonie heidnischer Priester vor der Opferung. Dann plötzlich aber um Mitternacht erlöschen auf Mahomets Befehl mit einem Schlage alle Lichter. Brüsk endet dieses tausendstimmige, heiße Getön. Doch dieses plötzliche Verstummen und dieses lastende Dunkel bedrückt mit seiner drohenden Entschlossenheit die verstört Lauschenden noch furchtbarer als der frenetische Jubel des lärmenden Lichts. Untertitelung des ZDF, 2020